Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Ja, wir haben in der letzten Folge diesen Brennholzschuppen gebaut und ich würde den ehrlich gesagt gerne noch ein bisschen mehr füllen. Dass da nochmal mehr Brennholz drin ist. Das sieht dann glaube ich nochmal schicker aus. So viel Zeit haben wir. So, machen wir nochmal 30 rein oder sowas. Mh, mh, mh. So. Ähm. Da müssen wir hin. So, mit 4 ging das eigentlich ganz gut. Okay, in den 2 haut es dann doch immer raus. Aber zumindest 2 kann ich immer gleichzeitig rauspacken. Das geht ganz gut. Ist dann schon mal die Hälfte weniger, die wir das hier brauchen. So. Da würde ich gerne noch was in die Ecken tun. Ja, vielleicht müssen wir da noch ein paar mehr rein tun. Ich würde das gerne schön voll machen. Und da würde ich nämlich auch noch was hin tun. Dann holen wir nochmal 30. Ich glaube, die Zeit haben wir. Ich glaube, wenn wir eins überhaupt haben, dann ist das Zeit, ne? In diesem Spiel. So, machen wir nochmal 30. So, dann einen schönen kleinen Brennholzvorrat haben. Nicht gestapelt, sondern schön in kleinen Holzverschlag drin. So. So. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Sehr schön. So, so habe ich mir das vorgestellt. Doch, gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Da könnte man noch zwei Bretter hinstellen, ne? Ich habe nur keine dabei. Und hier könnte ich auch so ein Außenregal hin, oder so ein Haken hin machen. Das heißt, wir brauchen noch mal Bretter. Bretter und Holzstämme. Na, so viel dann auch nicht. Holzstämme brauchen wir, glaube ich, zwei oder so. Nehmen wir mal vier mit. Dann will ich auch noch mal Wagenrad und sowas mitnehmen. Haben wir doch noch, oder? So. Einen kleinen Weidekorb. Habe ich gar nicht. Ich habe nur einen mittleren. Einen Eisen-Sense können wir da auch schön hinhängen. Kupferhacke wäre auch ganz schick. So, wir sind ein bisschen überladen, aber das macht nix. So, hier. Genau sowas würde ich da gerne hin machen. Da oben kommen wir, by the way. Schönes Relief. Machen wir ein Heerschön. So, einmal das Einwagenrad würde ich da hinhängen, wenn es geht. Habala. Sehr gut. Dann die Sense. Eisen-Sense. Eisen-Sense. Wo haben wir sie? Und die Kupferhacker. Das ist so. So, sehr gut. Hängt. Da würde ich gern ein paar Bretter hin tun. Na. So. Man sollte Bretter nie so lagern, weil dann biegen sie durch, aber das ist mal egal. Die sind da halt kurzzeitig mal abgestellt. So. Sehr schön. Ah, das wird doch ein schickes Eckchen. Machen wir da noch einen Holzbalken hin. Also einen Holzstamm oder zwei. Wie lange sind denn die? Äh. Schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Machen wir da vielleicht noch eine Kiste hin, oder? Geht das? Geht. So, das ist doch auch ganz nett. Haben wir das Eckchen hier auch ganz schick gestaltet, würde ich sagen. Hier ist dann der Weg. Den können wir hier bei Soraya auch noch ziehen. Wobei brauchen wir eigentlich nicht, ne? Der ist auch so ganz schick. Hier könnte man noch ein bisschen Blumentöpfe hin machen. Hier brauchen wir auch noch Blumentöpfe. Oh, was habe ich denn da gemacht? Ups. So war das aber nicht gedacht. So war das aber gar nicht gedacht. Oh, was war das? Wow. Wow. Mist. So war das nicht gedacht. Kann ich das vielleicht davor schieben? So, einen noch. Jetzt passt das wieder. Sehr gut. So hatte ich mir das vorgestellt. Ich überlege, ob ich hier auch noch eine Fackel dazu stelle. Oh, die gehen sogar an. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, wie spät haben wir denn? Oh, ich könnte was essen, was trinken. Das wäre auf jeden Fall kein Fehler. So, dann holen wir gerade noch was zu essen. Ein paar Tage haben wir ja noch. Hier müssen wir auch noch fertig machen. Aber ich brauche erstmal noch wieder Eisen, richtig? Können wir mal gucken, wie viel Eisenbarren haben wir denn eigentlich? Aber erst holen wir was zu essen. Beerensaft, Speisemeucheln kann ich auch mal abgeben. So, Fleisch mit Soße. So, nehmen wir mal ein paar mit. Dann gucke ich mal, wie viel Eisen wir inzwischen wieder haben. Wie viel Eisenbarren. Das war eine 39, das ist immer noch nicht viel. Eisenerz 95, das ist auch noch nicht viel. Hm. Ich finde das schön, wenn die hier alle so sitzen. Auch hier wäre natürlich schön. Ach, sie sitzen sogar zu zweit hier. Okay. Haben sich ein Feuerchen angemacht. Ach, er setzt sich noch dazu. Sehr schön. Das ist richtig schön gemacht, finde ich. Die hier so gemeinschaftlich irgendwo sich hinsetzen und sich zusammenfinden. Das ist schön. Also allgemein ist KI oder die NPCs sind hier sehr, sehr schön animiert, finde ich. Jeder macht seinen Job. Hier auf dem Feld sieht man richtig arbeiten und den Schmieden und Nähereien ja auch überall. Also das ist echt, echt toll gemacht. So, und wir gehen jetzt erstmal pennen, ne? So. 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 Natürlich nicht bis zum nächsten Jahreszeit, sondern bis zum nächsten Tag. Ähm. Ja, guten Morgen, mein Schatz. Hallo. Oh, bist du nicht durstig? Ich nehme einen Schluck. Vielen Dank. Äh, was beschäftigt dich? Ich bin so froh, dass wir uns kennengelernt haben. Dass so viel Liebe in mein Leben gebracht hast, ist unfassbar. Ich wünsche mir nichts mehr, als in deinen Armen alt werden zu dürfen. Ähm. Wie steht es um unser Königreich? Alles scheint problemlos zu laufen. Sehr gut. So, ne Mann. Schläft noch. Bei schlechtem Wetter ist er früh draußen, jetzt schläft er noch. Aber okay. So, was ich noch ganz vergessen habe, fällt mir gerade ein. Eigentlich müsste ich ja fast noch ein... Fass und ein Eimer hier neben das Ding positionieren, äh, hinstellen, ne. Haben wir Dings für ein Fass dabei? Haben wir. So, und die Eimer habe ich, glaube ich, noch im Inventar. Ach so. Halt. Jetzt. Eimer. Hoppala. Und da könnten wir dann auch noch entsprechend Schöpfkelle und... ...so ein Tuch drauf machen. Und hier drin würde ich auch noch einen Eimer platzieren. So für die nächtliche Notdurft, ne. Man kennt es ja. Früher gab es ja keine Toiletten. Da mussten wir dann Eimer herhalten. Teppiche müssen wir hier auch noch reinmachen. Und hier brauchen wir auch noch einen. Äh. So, und hier brauchen wir natürlich noch Teppiche und sogar Fensterläden. Und sonstige Deko. Und ich war mir der Rika. Ist ja was Interessantes zu Orden gekommen. Nichts Neues, nichts Interessantes. Mach's gut. Danke, du auch. Apropos, ich habe ja gar keinen Weg. Fällt mir da gerade mal so auf. So, jetzt haben wir einen. Was wir hier hin machen, müssen wir auch noch mal gucken. Waschbottich bräuchten wir hier auch noch fast, ne. Wobei, den können wir hier hinten hin stellen. Ich habe keine Bretter mehr. Hi, Ludomira. Hier müssen wir auch noch überall Blumen platzieren. Aber dazu brauche ich erst genug Material. Ja, das gefällt mir auch bei Tageslicht richtig, richtig gut. Doch, sehr, sehr schön. Ist schön geworden. Da kann, ach so, ich habe immer noch keine Bretter dabei. Das ist auch gut. Was wir hier machen, muss ich auch noch mal schauen. Hier ist auch noch so ein Plätzchen, wo man irgendwas, vielleicht an Deko oder so, mal schauen. Hier könnte man noch einen Weg lang machen, ne. Hm. Mal den hier so. So. Ist, glaube ich, kein Fehler. Ja, dann vielleicht auch durch ein Mäuerchen abgegrenzt. So. Da gucken wir mal weiter. Hier können wir dann je nachdem noch irgendwelche Gebäude platzieren, welcher Art auch immer. Hier sollte ich vielleicht auch noch so ein Mäuerchen hinmachen. Hm, hm, hm. So, die Art. Da brauchen wir wieder ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Und ich muss was trinken. Und ich muss was trinken. Haben wir Platz für 88 Steine. Ja. Die könnte ich mal rein tun. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. So, wie viel Geld haben wir eigentlich inzwischen im Lager? Ja, das dürfte auch wieder eine ganze Menge sein. Oh, ja. Oh, wir haben viereinhalb Millionen. Ja, nicht schlecht. Kann man nicht klagen. Ähm. 88 Steine wollte ich mitnehmen. So. Das sollte sogar funktionieren. Denke ich doch. Oh, das ist doch voller als ich dachte. Aber noch können wir mit einem Gewichtstrang agieren. Und gleich müssen wir echt mal was trinken. Können wir mal Fleisch mit Soße essen. Das lindert den Durst auch ein bisschen. Hm, hm, hm. Hm. Ähm. Das machen wir mal weg. Das mache ich dann lieber so. Hm, hm, hm. Jetzt haben wir zu wenig Steine dabei. Acht Stück. Können wir aber sammeln. Weil eben war das nur ein Element. Jetzt sind es zwei. Na, müssen wir mal gucken. Mal da noch ein Tor dazwischen machen. Schauen wir mal. Hm, hm, hm. So, dalle. Trinken müssen wir eh gleich. Dann können wir die Steine noch sammeln. Die restlichen acht. Z~! Ja, das ist ja auch dann. Und dann sind es doch drin. Ja. Wir werden die Steine noch einmal setzen. Denn die Steine nacht trong denTH. Ich werde Ihnen das alles laboriert. Und dann gehen wir- Oh, Ll sub. So, gehen wir mal was trinken und Steine sammeln. Einer, zwei, Prost, drei, vier, na, zwei werden wir da noch finden, äh, ne, vier werden wir da noch finden, Stein, 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 so haben wir alles was wir brauchen. Sehr schön. Da könnte man fast ein Tor zwischen machen, ich glaube das ist, nö. Passt, cool, ja nicht dass ich Stock oder Bretter hätte, aber das ist ein Problem, das wir beheben können. Vier Bretter, sechs Stöcke, das kriegen wir hin. Vier Bretter, sechs Stöcke, was macht unser Kupfererz, ah, das wird auch wieder mehr. Sehr gut. Ich glaube ich kann aber gerade mal was mir gerade einfällt, die Holzschuppen mal umstellen, dass sie weniger Bretter produzieren. da haben wir so viele von, dafür lieber mal ein bisschen mehr Brennholz. sehr schön, passt perfekt rein. Cool. Hier brauchen wir auch noch Laternen, ne, da brauchen wir Wollgarn, Stöcke, Leder, aber das haben wir eigentlich alles in Massen da. Verteilen wir mal noch ein paar Laternen, würde ich sagen. So, gehen wir mal von zehn Stück aus, das heißt wir brauchen 20 Holzstämme, 40 Leder, 40, äh, 80 Stöcke, und 40 Wollgarn. So. Und wir sind überladen. Plopp. Schnüffel, äh, schnüff die Schnäuf, nicht Schnüffel. so würde ich hier in der Laterne unterbringen so sehr gut sehr schön ach so da ist schon eine dann machen wir hier vielleicht nochmal eine hin so da dort dort und hier natürlich es gibt Hindernisse das kam aus der Sicht was gibt es denn da für Hindernisse machen wir es halt so jetzt gibt es keine Hindernisse doch schön da haben wir auf jeden Fall mal genug Licht darunter jetzt auch machen wir hier noch eine Laterne direkt dran das war eigentlich eine Idee nicht genügend Rohstoff das ist ein Argument das lasse ich gelten dann holen wir nochmal für 5 würde ich sagen also 10 Stück 20 Leder wir haben nicht so riesig viel Wollgarn 40 Stöcke Stöcke haben wir mehr als genug und 20 Wollgarn da nehme ich nicht so viel von was sagt unsere Wolle die hat drastisch abgenommen ich muss die Wollgarnproduktion runterstellen gleich sehe ich schon aber die Lampen bauen wir jetzt trotzdem so Laternen da noch eine hier noch eine so da haben wir aber hier noch nicht mache ich die direkt bei dem Baum ne machen wir hier hin es gibt Hindernisse wo hätten wir denn keine achso wir haben gar nicht genügend Rohstoff okay lasse ich gelten gut ich muss die Produktion von Wollgarn runterstellen das muss ich unbedingt du machst das glaube ich das verballert uns nämlich gerade sämtliches sämtliche Wolle das ist nicht gut dann gehen wir hier auch mal runter ich glaube Wolle Wollstoff haben wir erstmal noch genug dann mach du mal noch weitere Säckchen dass wir da erstmal so schnell keinen Mangel mehr leiden sehr gut Teppiche brauchen wir noch Teppiche und eigentlich Regale oder sowas das heißt ich kann auf jeden Fall mal Pelz mit nehmen Pelz haben wir auch eine ganze Menge ja nehmen wir mal die 34 Kilo mit dann können wir schon mal Teppiche oder Fälle in den beiden Häusern hier auslegen so äh und Lampen ne Lampen brauchen wir auch noch da machen wir ein Ziegenfell hin da dann Wolfsteppich hier würde ich das Bärenfell da kann man Schafsfell so sehr gut Lampen hatte ich ne Lampen muss ich hier noch rein machen da brauchen wir Leingarn eine ganze Menge ne und hier müssen wir auch noch Lampen rein machen und dann hatten wir weiter vorne auch noch zwei ältere Häuser wo ich gesehen habe auch noch Dings fehlt so dann machen wir ein Wolfsteppich hin hier vorne Wildschwein dort Bären dort auch noch mal Bärenfell so fehlen auch noch Lampen und hier brauchen wir auch noch Fensterläden das können wir aber gerade mal holen machen wir auch die einfachen nur Bretter und und Holzbalken so Violen Pelz Stein nehmen wir mal was waren das immer sechs Bretter ne das heißt 30 36 Bretter nehmen wir mal mit das sind dann für sechs und zwölf Holzbalken ich weiß gerade gar nicht wie viele Fenster wir da drin haben aber schauen wir mal und da müssen wir gleich mal gucken was unsere Felder machen müssen wir mal gucken was unsere Felder so machen so einmal öffnen zweimal öffnen dreimal öffnen viermal öffnen und dann haben wir das hier noch ich glaube das ist das letzte oder haben wir da auch noch mal ne da haben wir auch noch mal eins so waren genau sechs Fenster passt aber der Holzschoppen gefällt mir immer noch richtig richtig gut bin ich froh dass ich das mal letztens irgendwo in einem Video gesehen habe dass da einer diese zwei äh äh ähm muss halt nur gucken dass es breit genug ist für die Bank sehr schön da müssen wir gerade mal gucken was unser Leingarn macht ob ich davon was abzweigen kann für die Lampen wie viel Leingarn haben wir denn 103 da könnten wir eigentlich mal was mitnehmen da muss ich mal gucken was brauche ich denn da Leder auf jeden Fall ich weiß aber gar nicht wie viel ja reicht auf jeden Fall denke ich mal Leingarn da brauchen wir jeweils acht das heißt vier Lampen sind 32 dann haben wir noch mal vier dann nehmen wir mal 64 mit das ist schon eine Menge ähm Stöcke brauchen wir glaube ich einiges äh Stöcke was bräuchten wir noch brauchen wir Leinengewebe ich gucke mal ob das reicht oder ob wir noch mehr brauchen wir haben es ja nicht weit hier müssten wir auch noch mal gucken was wir da hin machen so Lampen da würde ich wieder eine hin machen wollen E muss ich drücken ich glaube das ist der Platz genau ah sehr gut wir brauchen nur Lederlein gar ein Stück okay sehr schön dann haben wir hier mal zwei Lampen dann nächstes Haus machen wir hier auch mal Lampen rein und hier würde ich auch noch mal eine hin machen wollen so und dann hatte ich ja da vorne noch Häuser wo wir auch vergessen haben oder wo ich vergessen habe ist schön die zwei arbeiten da bestimmt noch mehr Häuser vergessen aber machen wir erst mal die hier vorne könnte ich eigentlich auch gerade mal durchgucken ne ob man da auch noch was machen müssen wir kriegen ja jetzt demnächst im ist ja jetzt bald Sommer und dann kriegen wir ja wieder Leinengarn da haben wir okay wie schaut es hier aus gähnende Leere Lampe Lampe da müssen wir auch noch ein bisschen gestalten noch ein Dings werde ich da nicht hinkriegen aber müssen wir mal gucken was wir da hin machen könnte man noch ein schönes Beet oder so machen ah ein Kind hi Agnes ich habe eine Kleinigkeit für dich oh okay ich habe dir schon mal was geschenkt wusste ich nicht da haben wir Lampen sehr gut wie schaut es hier aus hier fehlen auch noch okay viel mehr habe ich dann aber auch nicht dabei so da fehlen noch Lampen wenn ich das richtig sehe ja hier fehlen auch noch und da fehlen ebenfalls hier haben wir eine ja eine haben wir immerhin aber wir haben noch ein paar Gebäude wo wir da noch ein bisschen Hand anlegen müssen was Lampen angeht so aber wie sehr ist die Zeit auch um deswegen sage ich mal vielen vielen Dank fürs Zuschauen ich hoffe euch hat es gefallen lasst gerne einen Daumen nach oben da würde ich mich sehr drüber freuen und ja wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder ne in diesem Sinne tschüss tschüss bis zum nächsten Mal oh unsere Mutter äh komm gib Mama einen Kuss was beschäftigt dich mein kleiner Junge ganz erwachsen ich bin so stolz auf dich du wirst ein großartiger Anführer werden und ein wahrer Herzensbrecher ja in diesem Sinne jetzt dann wirklich tschüss bis zum nächsten Mal ja 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 Vielen Dank.